Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs überlegen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Überlegt, überlegte, hat überlegt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich überlege, du überlegst, er überlegt, wir überlegen, ihr überlegt, sie überlegen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich überlegte, du überlegtest, er überlegte, wir überlegten, ihr überlegtet, sie überlegten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe überlegt. Du hast überlegt. Er hat überlegt. Wir haben überlegt. Ihr habt überlegt. Sie haben überlegt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich überlege. Du überlegt. Du überlegst. Er überlege. Wir überlegen. Ihr überlegt. Sie überlegen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich überlegte. Du überlegtest. Er überlegte. Wir überlegten. Ihr überlegtet. Sie überlegten. Den Schluss macht der Imperativ. Überlege du. Überlegen wir. Überlegt ihr. Überlegen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb überlegen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Herr, 25-3977. Malen? Wir freuen uns. EINF-5045- posting. Ihr habt eure Woche esque. Ihr habt eure Ingenie. Ich freue mich. Wir arbeiten ein Earsproっと. Jangan. Ihr habt die Ausgabe. Der haut ein. Wie ist der Village? Das war dispositiver spinach. Wir warten. Wir lassen Spaß mehr.